Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und es ist anscheinend mal wieder so weit, dass St. Patrick's Day ist da oder ist gewesen, ich bin gar nicht so gut informiert, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, eben als ich gerade Ultimate Team gestartet habe, um eine neue Folge aufzuzeichnen, es gibt mal wieder einen Sonderpokal mit 20.000 Münzen und einem Keen Spezial. In Klammern, ja, warum jetzt da in Klammern noch eine E ist, das weiß ich nicht. Anscheinend gibt es vielleicht auch manchmal mehrere Keen Spezialobjekte. Was es damit genau auf sich hat, ich bin mir irgendwie nicht so wirklich ganz sicher, man sieht jetzt hier dieses Spezialteam, Green Team, es sind irländische Republik-Irland-Spieler, die in der gleichen Variante es auch in Gold gibt, jetzt gibt es sie hier in Grün. Mir ist nicht ganz klar, warum, weshalb, wieso. Und es gibt auf jeden Fall auch, also ich gewinne ja jetzt anscheinend, wenn ich den Keen Spezialpokal gewinne, den Keen in Grün, aber es gibt ja auch die anderen Spieler in Grün. Ob sich das dann hier vom Namen verändert, Green, Keen, Classic, wird es dann Green, Long, Classic und so weiter. Also das wäre meine Vermutung, dass man zumindest dann, wenn man jetzt Keen gewonnen hat, danach auch die anderen nach und nach gewinnen kann. Aber wenn mir das jetzt so viel bringt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich blicke irgendwie nicht so wirklich durch, was das für einen Sinn und Zweck hat. Aber vielleicht kommen wir dahinter, wenn wir das Ganze spielen. Vorher muss ich natürlich ein Team aus Irland-Spielern bauen. Ich habe jetzt schon mal so weit vorbereitet, dass ich alle meine irländischen Spieler hier schon mal reingepackt habe. Und das sind ein ganzes zwei Stück. Und jetzt werden wir natürlich in den Genuss kommen, recht teuer irländische Spielern zu kaufen. Aber ich hoffe, es lohnt sich, wenn man für 20.000 Münzen das ganze Ding gewinnt. Dann kann sich das schnell lohnen. Und wir fangen einfach mal an. Ich werde so verfahren. Ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht, habe eben schon mal die Preise abgecheckt. Die sind gar nicht so teuer. Aber es gibt halt nicht für jede Position einen günstigen Goldspieler. Und das sind dann auch die Positionen, die sehr teuer sind. Und von daher werde ich da dann auch spontan improvisieren und eine recht günstige Variante finden. Irgendwas ist mit dieser Spielersuche kaputt. Ich raffe es nicht. Ich habe es eben schon nicht verstanden. Long findet er nicht. Aber jetzt hier, da ist er doch. Wenn ich jetzt ein G eingebe, ist er weg. Was ist das? Shane Long. Ja, den werde ich mir kaufen. 350 Münzen, da biete ich doch mal einfach direkt mit. Und hier sieht man auch, wie gesagt, so eine grüne Variante. Ist genauso das gleiche. Also, was ist der Unterschied, außer dass er grün ausschaut? Aber man sieht, dass er ist gar nicht so teuer. Ich denke mal, ich habe den jetzt gerade nicht bekommen für 450. Deswegen suche ich jetzt mal den günstigsten im Sofortkauf. So, 600. Das sieht doch gut aus. Dann nehmen wir einen, der wirklich viele Verträge hat. Davon gibt es keinen. Deswegen nehme ich dann den hier mit 7. Ja, und der ist natürlich abgelaufen. Du auch? Ne. Okay. Dann haben wir schon mal den Stürmer. Das ist schön. Und ich glaube jetzt, wie gesagt, erst bei diesen günstigen Positionen, wo ich eine günstige Variante direkt gefunden habe. Das ist jetzt übrigens ein Spieler, den ich jetzt hier einsetze. Und das ist das gleiche gleich. Der heißt Hula-Hahn oder sowas. Pass auf. So, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Wes Hula-Hahn. Das ist mein Z2M. Den habe ich auch letztes Jahr gespielt. Davon gibt es natürlich auch wieder die grüne Variante. Klar. 500. 550. Bieten wir einfach mal. Auch hier natürlich wieder der Blick, wie viel er über Sofortkaufen kostet. 900. Ich kaufe den direkt. Ich weiß, dass vielleicht ich ihn jetzt zweimal essen habe. Aber auch egal. Aber ich glaube eher nicht. Und. Ich kann mal kurz schauen, ob ich ihn bekommen mag. Ich bekomme ihn anscheinend. Lol. Den habe ich auch bekommen. Was ist los? Lol. So, ein neues Objekt. Ne, dann machen wir den. Den verkaufen wir. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe den für 400 gekauft. Läuft bei mir. Ich trade hart hier zum St. Patrick's Pokal quasi. Obwohl er gar nicht St. Patrick's Pokal heißt. Dann. Machen wir mal einfach. So. Und das gleiche jetzt auch gleich beim Hula-Hahn. Den habe ich jetzt auch bekommen. Wie viel habe ich gerade bezahlt für den? Für den. Ja. Aber ich glaube eben habe ich den für 900 oder sowas gekauft, ne? Wir machen einfach mal so. Ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen minimal, minimal erkältet. Oh. Gut, dann funktioniert das anscheinend zu funktionieren. Hä? Dann funktioniert das zumindest mit dem Beaten irgendwie ganz gut. Bis jetzt. Zweimal funktioniert. So, weiter geht es jetzt mit Megidi. Und auch hier das gleiche Problem. Ich weiß nicht, was gerade mit der Suche los ist. Meg. Mal sehen. Hier sieht man ihn schon mal nicht mehr. Klar. Doch, da ist er. Wenn ich jetzt aber ein G eingebe, ist er weg. Okay. Ja, logisch. Wenn ich jetzt wieder das E eingebe oder das A, dann kommt er wieder. Strange. Probier's mal wieder mitbieten. Ich muss mal ganz kurz die Nase freimachen. Ja, das ist super nervig. Da rede ich dann so nasal. Ansonsten. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich den gerade für 650 bekomme. Dann brauche ich nämlich gar nicht mehr weiterzuschauen. Ich will Verträge hatten. Ja, 6 und 99 Fitness. Das ist doch ganz ordentlich. Da wäre ich jetzt nicht unglücklich, wenn ich den für 650 bekommen würde. Hier gerade... Da stand gerade NM als Position und nicht RM. Oder ich habe es mit den Augen. Egal. Ich habe Megidi bekommen. Ist auch gut. Weiter geht es jetzt noch mit den zwei ZDMs. Ich spiele übrigens in 4-2-3-1. Ich glaube, davon ist einer Gibson. Gibson, glaube ich. Darren Gibson. Jawohl. Oh, der guckt auch sehr grimmig. So einen brauchst du für die ZDM-Position. ZM. Ich möchte ihn aber als ZDM. Ich gucke mal ganz kurz, auch hier, bevor ich hier wild biete. Wie viel er so kostet. Na. Uiuiui. Darren Gibson. Okay. 1100. Und er ist regulär ZM anscheinend. Ich mache das mal wieder hier raus. Das mache ich aber so. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wer hier so ausläuft. Der wurde jetzt für 5.000. Nee. Ich dachte eben gerade, der wurde für 5.000 gekauft. Das wäre es gewesen. Ganz oldschool-mäßig. So habe ich früher in FIFA 10 oder sowas, in Ultimate Team, meine Spieler, habe ich auch wirklich gehandelt. Da habe ich hier stundenlang so mir Spiele rausgesucht und habe dann geschaut, boah, wie viel kannst du ihn bekommen und damals ging es ja noch nicht mal in 50er-Schritten, sondern ich glaube, nee doch, es waren auch 50er-Schritte, aber später halt nicht in Tausender-Schritten und sowas. Und dann hat man dann einfach eine Million, 250.000 und 560, nee, 500, sieben, nee, ich laber voll den Scheiß. 600 Münzen anstatt 500 Münzen geboten. War total krass. Äh, scheiße. Jetzt habe ich es natürlich verpasst, in meinen Ausführungen, auch smart. Oh Mann. Ich glaube, ich kaufe den am besten einfach für 1.100. Oder ihn jetzt hier im Beat-Versuch. Da probiere ich es einmal über das Scheiß-Beat so wirklich gezielt zu machen und es klappt dann wieder direkt nicht. Aber davor passiert es zweimal, dass es aus Versehen klappt. Ist auch geil. Die größte Herausforderung ist für mich offensichtlich das Menü. Boah, Jungs. Jetzt will ihn jeder haben. Jungs. Hör doch mal auf, bitte. Der könnte jetzt funktionieren. Und damals ist es auch gar nicht auf 30 Sekunden hochgegangen, sondern auf 10 Sekunden wieder. Come on. Wahrscheinlich werden gerade parallel diverse Gipsons für 600 sofort kaufen reingestellt. Die ich alle finden würde, wenn ich jetzt nicht so lange in diesem Menü abschimmeln würde. Oh Mann, ist das nervig, ey. Das sieht jetzt gut aus. Ich glaube, ich bekomme ihn. Nein! Boah, ist mir scheißegal, ey. Ist unglaublich. Achtung. Ich finde jetzt hier gleich einen für 1000. Not. Es sind immer echt diese kleinen Sachen, die einen fertig machen. Alter. Ach, das ist wieder, der ist jetzt wieder abgelaufen. Genau, das ist ein Bug. Klar. Oh. Jawoll. Jackpots. Heftig, wie ich ihn für 900 direkt gekauft habe. Was geht. So, das war ja einfach. Deswegen mache ich mal weiter. McCarthy. James. So, und davon gibt es zwei Varianten. Ist mir egal, welche Variante ich kaufe jetzt. Ich biete mal hier 300. Ich biete mal hier 500. Ich biete mal hier 550. Und dann gucken wir auch mal hier wieder, was der günstigste ist. Ui. Gar nicht mal so günstig. 1200, ja. Das ist die schlechtere Variante, aber ich habe gesagt, ist mir egal. Ist mir auch egal. Den kaufe ich jetzt einfach. So. Alright. Und jetzt noch Coleman. Das ist mein Rechtsverteidiger. Und danach muss ich die Lücken füllen. Ist auch wieder schön. Ich muss jetzt wieder weitere Buchstaben eingeben, damit ich ihn wieder finde. Seams Coleman. Von ihm gibt es auch eine bessere Variante. Ist mir auch egal. Ich werde in diesem Pokal nicht über das beste Team kommen. So viel steht schon mal für mich fest. Und von daher werde ich es auch gar nicht probieren. So, der ist günstiger als erwartet. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, schauen. Ich habe da keinen wirklich günstigen Spieler gefunden für die einzelnen Positionen. Zum Beispiel jetzt für den LM. Ich werde das jetzt einfach wirklich sehr wirklich kostengünstig zuschlagen. Und wenn das dann nicht der vielleicht beste Spieler ist. Weil nämlich links wäre es, glaube ich... Boah, jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wer der Spieler wäre. Ja, also der ist zum Beispiel auch für Silberspieler recht teuer. Für den Link, ob ich nicht trotzdem zumindest nach Silber schauen sollte. Weil ich glaube, Gold gibt es nicht so wirklich. Nö. Silber. Ich schau mal, was der günstigste so... Oder was so Leute sind, die 800 Münzen kosten? Gibt's keine! Ja! Was ist hier los? Der kostet jetzt 1600, alles klar bei dir? Hm. Der Hand. Der sieht auch sympathisch aus. Der sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ist aber auch sehr teuer. Hm. Brady ist einer der guten, glaube ich. Ja, wobei ein 79 Tempo ist auch nicht so ganz bombastisch. Ist gerne. 66 Erwertung. Hat halt ein gutes Tempo. Dementsprechend wären 2400 auf den Geboten. Der Hand. Der sympathische. So, dann werden wir jetzt mal schauen. Ups. Der hat nur 69 Tempo. Ist natürlich auch geil. Einer meinen möchte ich. Äh. Ja. Klar. Ich kaufe mir den einfach mal direkt für 5000. Ist er bestimmt wert. Bekloppt. Bekloppt. Oh man, das kann was werden. Wenn wir das für jede Position machen müssen. Aber jetzt könnte es gerade gut funktionieren. Es läuft runter. Bitte. Sieht gut aus. Nice, nice. Den bekommen wir. Och man. Was für ein Assi, Alter. Vielleicht müssen wir doch noch bei dem sympathischen Hand zuschlagen. Wenn er nicht wieder für 5000 gesnappt wird. Ja, ich gucke schon mal nach anderen Positionen. Jetzt fehlt mir noch ein Linksverteidiger. Oh, die werden... Was? Das sind alle? Nee, ne? Oh ja, da wird es ein Bronze-Silberverteidiger... Äh, Bronze-Silberverteidiger... Nee, ein Bronze-Außenverteidiger werden. Ist mir egal. Mal schauen. Da wurde ich wieder überboten. Den will ich aber unbedingt haben. Der passt so gut in mein Team. Da biete ich locker mal 450. Da biete ich mal locker 500. Och, Jungs. Macht's doch nicht so teuer. Oh. Ui, es gibt sogar glänzende. Die kosten... Die stellen sie alle für 5000 rein. Sofort kaufen. Krass. Oh Gott, das kann was werden. Wenn man so ein Sparfuchs ist wie ich. Fritz Gerald. Den hole ich mir. Hat sich auch gerade jemand anders gedacht. So, und der Hand ist für 1700 ausgelaufen. Der geht auf 1400. Ein Bronze-Außenverteidiger mit 62 Tempo. Was ist denn bei euch kaputt? Oh, leck. Das wird ein richtig teurer Spaß. Es sind die verkackten scheiß Bronze-Spieler oder Silberspieler, die so viel kosten, ne? 1600, ja klar. Logo. Mach ich mit. Gibt's irgendwelche, die man kaufen kann für super wenig Geld? Ne, ne? Gibt's nicht. Krass. Sollte... Oh, ja. Ja. Ma, fuck. Ich glaube noch, das ist die Mitte die beste Variante. Oh. Nice. Habe ich irgendeinen scheiße random Bronze-Außenverteidiger für 600 bekommen und ich freue mich. Das ist auch geil. Boah, ich könnte die gerade noch alle kaufen, komm. Mach ich weiter. Dann mach ich einen riesen Gewinn. So, wen verkaufe ich hier? Den Grimms, den stelle ich jetzt für... Wie viel habe ich den gekauft? Auf Transferment anbieten. 600. Pass auf, den stelle ich jetzt für 1400 rein. Und wir werden einen riesen Deal machen. Oder 1.000... Ja, doch, 1.400. Und den mal schön in meinem Verein, wobei... Ich merke gerade, ich brauche auch noch weitere irische Spieler für meine Bank. Das war vielleicht gar nicht so clever, den jetzt zu verkaufen. Und mal, der ist für 800 nur ausgelaufen. Krass. Hätte ich kaufen sollen. Okay, ich habe den Bronze-Ausverteidiger. Jetzt suchen wir nochmal nach Innenverteidiger. Das wird geil. Oh Gott, das ist ein Team, ey. Soll ich den wirklich für 750 kaufen? Ja, er sieht ja von den Werten gar nicht schlecht aus, ne? Scheiße, Mann. Ist das dumm. Oh Gott. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht einen mal bieten bekommen. Einen guten. Einen grünen Osker vielleicht für 10.000. Das sieht auch gar nicht so verkehrt aus, oder? Oh, ja, das hat es auch gerade nochmal jemand anders bemerkt. Einen Webster. Oh. Osker. Ich bin mir denk, ob ich mir den jetzt einfach mal auch gönnen sollte. Das sind noch Anzeigefehler, oder? Dass der so günstig ausläuft. Ich such mal gezielt nach dem Osker. Das war es auch schon. Okay. Mal sehen, wie viel der Informkarte kostet. Wahrscheinlich irgendwie, ja. Das ist wahrscheinlich sogar sein Maximalpreis. Hä? Ach so. 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 immer in dem Moment, wo ich dann auch einfach nur mal schnell bieten möchte, damit sie zumindest mal auf meine Kandidatenliste kommen, bietet jemand gerade mehr Achtung? Genau. So. Gucken wir mal. Nee. Ja. Ups. Nein. Ich stelle mich so dumm an beim Mieten. Also für 1300 würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Der, der wird's. Was brauche ich denn noch? Ich habe jetzt einen Ausverteidiger, ich habe einen Innenverteidiger, ich brauche noch einen zweiten Innenverteidiger, ich brauche noch einen Teuter. Das war's, ne? Und dann noch die Bank. Die wird richtig gut. Ja. Oh, ei, 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 ich kann schon mal nach neun suchen. Tut mir leid, dass ich heute so wortkack bin. Ich habe aber ständig meine Nase so minimal zu. Und dann rede ich irgendwie total ungerne. Einen von denen muss ich bekommen. Ich bekomme sie nachher gleich alle. Habe ich eigentlich schon jemanden verkauft hier? Ich bin nicht mal gespannt. Ein von den Vieren. Ein von den Dreien. Einen. Meiner Güte. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Der wird's. Ich sehe es kommen. Der für 1-4. Der war genau auf der Grenze, wo keiner mehr mitgeht. Achtung. Ach, fickt euch doch alle. So, eine neue Runde O'Shares in meine Beortungsliste rein. Ein neuer Schwung. Guck mal, ich werde besser mit dem Menü. Zack. Wie ich es hier alle abkassiere. Zack. Bäm. Und irgendeinen von denen. Einer von denen muss es werden. Einer ist auf 2-1 hochgegangen. Krass. Geh doch mal weg hier. Danke. Ich habe einen für 1.000 bekommen. Heftig. Was für ein Glücksgriff. Und noch einen für 1.400. Jetzt habe ich zu viele. Egal. Ich habe einen O'Shares bekommen. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch einen Teuter. Und dann sind wir durch. Und das Teuter wird... Das Teuter? Das Teuteposition wird besonders schwer, habe ich das Gefühl. Oh wei, oh wei. Ich gucke erstmal nach einem Silberteuter. Da werde ich wahrscheinlich ordentlich tief in die Tasche greifen müssen. Ich bin gerade überlegen, ob ich beim Teuter auch einfach bewusst ordentlich in die Taschen greifen sollte. Es gibt nämlich Westwood und Given. Wir sind beide sehr gut. Suchen wir mal ganz kurz nach denen. Westwood. Westwood war es glaube ich. Oder? Westwood? Westwood. Westwood. Westwood ist er, ne? Ja. Verdammt. Der hat 8.000 maximal. Scheiße. Ich dachte es wäre sowas für 5.000. Dann hätte ich gesagt, ja den kaufe ich mir aber nicht für 8.000. Gibt es davon mal einen günstiger? Ich glaube, wenn ich den, wenn ich das Turnier jetzt schnell spiele und den dann noch vor Ablauf des Turniers wieder rein stelle, kriege ich den locker für 8.000 wieder verkauft, denke ich. Das war vielleicht gerade ein riesen Fehler, aber, oder eine riesen Fehleinschätzung. So, wir gucken mal ganz kurz, ob ich jetzt mein Team habe. Oh. Ne, das ist falsch. Und dann muss ich nämlich noch die Bank machen und dann haben wir es sozusagen geschafft. Boah, wie es hier läuft. Oh. Hä? Ich habe noch kein L.M. Scheiße. Ich habe noch kein L.M. Hm, dumm. Oh. Was für ein Team, oder? Was für ein Team? Guckt euch das mal an. Das fehlt natürlich noch jemand, aber... Ach, guck mal, ich habe sogar schon einen Innenverteidiger gehabt. Webster. Ich dachte nicht wirklich, dass diejenigen, die ich jetzt hier... Ach, guck mal, ich habe sogar ein L.M. Mit 80 Tempo, was geht? Heftig. Teams voll. Da kaufe ich keinen anderen. Der, der regelt's. Wie hieß der nochmal? Forrester. Krass. Ja, geil. Dann brauche ich jetzt noch hier sechs Spieler. So, das wird jetzt nochmal ein richtiger Kampf und Krampf, glaube ich. Ich habe nochmal einen O'Shea bekommen für 1.400. Sehr schön. Den werde ich nämlich jetzt hoffentlich... Oder warte mal ganz kurz. Ja. Genau. Ja, immer eine aktive Mannschaft. Und... Wo sind jetzt andere O'Shea hin? Hier. Nehmen wir nicht mal schön... Für 1.500 Staaten. Und irgendwie 2.000 oder sowas... Ich weiß jetzt gerade nicht, was der günstigste ist. Vielleicht 2.500 auch. Ist egal. Mal schauen. Vielleicht bekomme ich den... Los mit Gewinn. Okay, und jetzt wird's ekelhaft. Weil wir jetzt möglichst günstige Irländer bekommen müssen. Mal sehen, was ist der günstigste hier? Wahrscheinlich locker irgendwie 1.000 oder sowas. Ach ne, das sind dann diejenigen, die man sowieso schon hat, die man jetzt hier findet. Geil. Okay, da kann ich eigentlich mal Silber einstellen. Ich kauf den jetzt einfach für die Bank für 800. Ich bin auch einfach... Ein bisschen bekloppt, glaube ich. Ich baue noch 6 Stück. Oh Gott, verdammt. Oh, kaufe ich mir jetzt so einen für 550? Ist wahrscheinlich schon weg, ja. Ich guck mal kurz, ob irgendwas über das Beaten geht. Oh. Das wird richtig hässlich, ne? Ich, wirklich, das wird jetzt hier so das volles Gemetzel auf dem Transfermarkt. Einfach wild draufknallen, irgendwelche Zahlen. Und das machen, glaube ich, gerade genauso viele wie ich. Oh. Oh. Fuck. 250 Münzen. Was für ein Schnapper. 200 Münzen. Alter, heftig. Voll das Gemetzel. Ups. Ups. Ich bin überlegen, ob ich schon vielleicht die Notwendigen habe. Natürlich, ich bekomme keinen einzigen. Lol. Ja. So viel, ob ich schon die Notwendigen habe, ich bekomme wirklich keinen einzigen. Geil. Na. Und wahrscheinlich, bei meinem Glück, so wahllos wie ich gerade die zusammenbiete und zusammen kaufen möchte, werde ich davon welche schon haben dann. Genau, genau von denen. Dawson. Come on. Alle bei mir rein. Ich frage mich gerade, ob es sich lohnt, zu diesem Zeitpunkt Bronzepacks aufzumachen, nur um Irländer zu ziehen. Könnte funktionieren. Könnte sich lohnen. Ja. Natürlich bekomme ich ihn nicht für 150. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Einen habe ich bekommen. Krass. Und für 500 natürlich. So. Oh, ist das... Das wird richtig lange dauern. Ich brauche jetzt noch fünf Stück, ne? Ich frage mich gerade, ob ihr das überhaupt ansehen solltet. Ich glaube nicht. Ich glaube, das mache ich ohne euch. Und wir sehen uns gleich, wenn ich wieder quasi den, ähm, die Mannschaft voll habe. Also bis, bis gleich. Ciao. Da sind wir wieder und ihr seht, das Team ist jetzt vollständig. Ich habe jetzt hier mit ein paar irländischen Bronze-Spielern drauf gefüllt. Er ist mal übelst, der Boss hier mit seinem Bart. Den würde ich am liebsten eigentlich spielen. Würde ich mir echt interessieren, wie der im Spiel aussieht. Und ansonsten, ja, auch ein paar Jünglinge hier am Start. Mann zum Beispiel. Und jetzt will ich noch überlegen, ob ich noch eine Fitnesskarte oder Fitnesskarten raushauen sollte. Ich werde es auf jeden Fall mal bei Gipsen machen. Und ich glaube, die beiden Bronze-Spieler hier, da werde ich mal drauf verzichten. So. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich noch irgendwie einen guten Trainer habe. Nicht wirklich. Wo spielen die denn alle? Wahrscheinlich alle zum großen Teil in England. Ja. Rechts die Gold-Spieler sind alle aus der Barclays Premier League. Ich möchte... Wo sehe ich nochmal die Liga von denen? Warum kann ich das hier nicht wegmachen? Komisch. Hä? Warum sehe ich die Liga nicht? Bin ich doof? Ja, also... Ja, wahrscheinlich. Aber... Warum? Ich drücke mit dem rechten Stick hin und her, passiert nichts. Mit den Schultertasten komme ich hier nur auf die andere Seite. Komisch. Ich gehe nochmal ganz kurz hier raus. Jetzt. Ich habe keinen aus der englischen Liga. Also doch, hier. Der Rodgers. Aber warum ging das eben gerade nicht? Warte. Doch, es geht normalerweise mit dem rechten Stick. Ja. Ja. Komisch, dass es eben gerade nicht ging. Gut. Damit sind wir gewappnet. Das haben auch diverse Spieler, erzählen ich mir. Das sieht doch richtig gut aus. Spielen. Online-Turnier. Green Classic. Ne. Green Keen. Green Keen. Green Keen Classic. Achtel Finale. Auf geht's. Das muss rocken jetzt. Das muss abgehen. Wir suchen uns den Gegner. Da finden wir wahrscheinlich ohne Probleme jede Menge Gegner. und ja, er spielt in einem 4-1-2-1-2 und hat auch schon den grünen Keen am Start, aber auch sehr viele Bronze-Spieler. Ui, die waren bestimmt teuer, sag ich mal. Ich habe auch natürlich genau es geschafft, einen Bronze-Iron zu kaufen, den ich auch schon hatte. Den habe ich aber jetzt mit Gewinn wieder verkauft. Heftige Geschichte, ich weiß. So, dann bin ich mal gespannt. Das ist hier, finde ich, glaube ich, ein sehr skill-lastiger Pokal, weil von den Teams her dürften die sich alle nicht so viel geben. Ui. Verdammt. Ruckelt immer wieder mal ganz kurz, der Keen. Schusstäuschung. Und dann ist er da, der Ball, eigentlich. Aber dann ist er doch nicht da, jetzt läuft er weiter. Und dann schießt er wie den fast im Fallen ins Tor. Boah, das war schon ganz schön eng. Wollen wir hier mal einen Doppelpass? Forrester. McCarthy, Kacke, wird von hinten vom Ball getrennt. Bis jetzt von der Spielanlage nicht ganz so gut. Gefällt mir, ehrlich gesagt, nicht so. McGill. McGill. Oh, in den Rücken hier von Gibson. Forrester hat jetzt hier Platz, aber das ist Lidl. Also ein kleiner Test. Durchstecken. Oh, das verteidigt er gut. Aber der Ball ist leider nicht mehr da. Das wird ein schweres Spiel. Der Gegner ist gar nicht so verkehrt in der Verteidigung. Offensive, sehr viel mit Schusstäuschung. Aber hier mein Bronze-Innenverteidiger ist da. Der hat ja auch nur Bronze-Spieler, fällt mir grad auf. Also bitte, das muss hier eigentlich klappen. Schlecken wir mal hier durch. Auf Long. Oh, fuck. Rafferty ist am Start. Kann den Ball abnehmen. Oh, den spielt er mir mal in die Füße. Jetzt mal auf Long. Schießen wir mal einfach rein mit Long. Oh, Rafferty schmeißt sich dazwischen. Ball noch high. Oh, wo geht der da hin? McCarthy! Und schon wieder einer geblockt von Rafferty. Nice, guter Ball. Eroberung. Nehmen wir weiter. Ich auf Long. Long. Long läuft durch. Und der wird wieder geblockt. Diesmal aber von Knight. Ah, scheiße. Ich habe vergessen, Standardschlüsse einzustellen. So. Der McGee-Dee kann das doch. Ganz okay. Da ist leider keiner. Von mir. Nidl am Ball. Uah. Den hatte ich so nicht geplant. Der spielt recht konterlässig. Bis hierhin zumindest. Kommt überhaupt gar nicht so Zug. Der Genie. Oh. Wir müssen mal abbrechen. Oh. Ist er da? Aber habe ich... Oh. Doppelpass vielleicht mal. Nehmen wir weiter auf die Außen. Ja. Nehmen wir hier durch. Ja. Auf Long. Scheiße. Ma. Zu kompliziert. Sehr gut von O'Shea. Leider den Ball dann nicht mehr verteilt. Doppelpass zwischen Kien und Kien. Schöne Schussdäuschung. Aber ich bin noch dran. Ja. Und Lidl ist auch noch dran. Kein Elfer. Ganz klar. Sauber den Ball rausgespielt. Sehr schön von Gibson. Long kurz anspielen. Ablegen. Abbrechen. Long wieder anspielen. Ablegen auf Gibson. Und jetzt wieder Long. Oh. Fuck. Jetzt auf Long. Der ist so weit im Abseits. Schlingermann im Tor. Was geht? Hahaha. Ich habe wahrscheinlich wieder den Namen falsch ausgesprochen. Beziehungsweise falsch gelesen. Aber ich habe gerade Schlingermann gelesen. Wirklich Schlingermann? Also für den hätte ich auch locker mal 2000 Münzen bezahlt. Für Schlingermann. Oh ja. Doppelpass zwischen Forrester und Gibson. Wieder auf Gibson zurück. Auf Long jetzt. Schusstäuschung zur Ballannahme macht er einfach nicht. Schade. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Medvedi. Ja. Sauber. Der Lidl hier. Coleman in die Füße von Forrester. Der kriegt die leider nicht zu long. Ui. Den habe ich. Den habe ich. Und jetzt können wir kontern. Ja. Hula-Hahn. Oh. Ist der im Abseits? Ich hoffe nicht. Ja. Er ist im Abseits. Kommt kurz nach unten. Ja. Verdammt. Schade. Das wäre so nice gewesen. Oh. Da war ich noch dran. Aber leider nicht entscheidend. Medvedi. Wir halten ihn im Zaum. Ja. Ich bin noch dran. Lidl ist da. Lidl ist da. Er kriegt zwar nur zu Ecke geklärt. Aber Lidl. Der nimmt hier den Medvedi ordentlich ran. Oh. Danke. Vielen Dank für diese kleine Schaueinlage. Mein lieber Freund. Oh. Das war knapp. So. So. Ja. Wuppa. Scheiße. Kien im Mittelfeld. Erobert den Ball gut. Nice. Hula-Hahn. Agil. Ich weiß noch, dass er das letzte Mal voll abgegangen ist. Long. Außen wieder vorbeigezogen. Ja. Jetzt die Flanke auf den Zweiten. Der ist komplett frei. Aber er kommt nicht. Schade. Der geht nicht hin. Der geht nicht hin. Fuck. Oh. Na zumindest. Zumindest auch irgendwie den Gegnerbisch. Geht zwar locker gelb. Aber das wäre gut. Ist gut, weil er wäre sonst durch gewesen. Ja. Ist eine interessante Variante gewesen. mehr geht die. Nein. Ich laufe so dumm ins Aus. Komm schnell hier auf ihn. Ja. 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 Und er geht ins Aus. Sehr gut. Wir müssen uns mal viel mehr zunutze machen, dass der Gegner nur Bronze Innenverteidiger hat. Wir müssen ihn wirklich mal eiskalt dupieren. Zum Beispiel jetzt. Ja. 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 Der ist es. Eins nur Long. Es war nicht gut gemacht, aber es war irgendwie ein kompletter Stellungsfehler vom Gegner in der Innenverteidigung. Und damit ist er durch. Ich schließe es wieder in die lange Ecke ab. Ich glaube, das wäre ein besserer Abschluss in die kurze gewesen. Aber es hat funktioniert. Long jetzt hier. Macht die Schussdorche schon wieder nach innen. Pass auf. Da ist sie doch. Mit Ansage. Hulahahn. 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 Leck mich fett. Schade. Ist dann leider an Kien. Der Kien ist überall. Aber ich habe den Ball. O'Shea. Verteilt auf Long. Ja. Jetzt auf Hulahahn. Oh, nee. Nicht auf Hulahahn. Auf Long wieder. Forrester. Weiter. Der ist nicht im Abseits. Und schieße einfach rein. Was geht? Oh, Schlingermann ist da. Schlingermann. Verdammt, ich brauche auch diesen Teuter. Schlingermann. Strahlt ein bisschen Unsicherheit aus vom Namen her, finde ich. Der ist so am Rumschlingern. Sowas brauchst du eigentlich nicht als Teuter. McCarthy. Abgezockt. Forrester. Der probiert natürlich jetzt auch seinen Einsatz zu rechtfertigen. Er ist ja wirklich sehr kurzfristig auch ins Team erst gekommen. Abwarten, verteidigen. Und dann ist Forre da. Das ist ein Bronze-Innenverteidiger. Abgekocht hat er den Megidi. Habe ich noch. Das ist aber nicht kein Foul. Schöner Foot-to-Foot. Jetzt ziehen wir mal rein. Ziehen wir einfach mal rein. Einfach mal durchziehen hier. Oh, oh. Oh. Weiterlegen. Shit. Und Brian steht da. Und Keane bekommt wieder den Ball abgenommen. Coleman. Stark. Long. Jawohl. 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 Komm, rein. Jawohl. Und jetzt reinschießen. Scheiße. Megidi blockt den noch. Hatten wir den vielleicht noch drin? Ja, es gibt die Ecke. Ich nehme den wieder mit Megidi. Oh, die kommt so nah auf den Teuter. Schlingermann. Ist da. Oh, Gibson. Souveräne Balleroberung. Oh. Oh. Ja. Megidi. Der hat Raum. Yes. Yes. Nein. Oh. Wie schlecht das war von mir. Ich darf mir da so nicht einfach den Ball abnehmen lassen. Oh. Stark von Oscher. Im letzten Moment erobert er noch. Oh, den Ball. Aber der Ball ist noch heiß. Scheiße. Nein. Ist das dumm. Kann er so einfach querlegen. Verdammt. Den darf ich dann natürlich nach, auch wenn er den Ball dann wieder bekommt, so einfach nicht durchlaufen lassen. Das war ein Stellungsfehler von mir in der Verteidigung. Schlingermann hätte ihn gehabt. Schlingermann hat er noch nicht durchlaufen, aber ich habe noch kurz darauf spekuliert, dass mein Spieler den noch auf der Linie rettet. oder dann zumindest das Abseits verursacht. Aber Schlingermann sieht da nicht gut aus. Den hätte er haben können. Hulahan gefällt mir im Mittelfeld. Ja. Wie er sich durchkämpft. Oh. Kein Abseits. Krass. Und jetzt die Flanke auf dem Zweiten. Der ist frei. Boom. Oh. Foul ist da. Liegt einmal quer in der Luft. Aber er kommt überhaupt gar nicht an den Ball. Sind wir dran. Und jetzt sichern. Easy. Easy. Nidl. Jawohl. Auf Long. Ablegen auf Gipsen. Und jetzt auf Long wieder. Den muss er annehmen. Ja. Sehr schön. Ja. Und jetzt noch rein. Und dann schießen einfach. Ah. Schlingermann. Aber der Ball ist noch heiß mit Kassi. Der Schuss blockiert. Ah. Verdammt. Da war was drin. Nee. Kein. Dafür bist du zu alt. Dafür fehlt dir das Tempo. Auf Long. Nicht im Abseits. Oh. Und Schlingermann kommt rechtzeitig raus. Aber der Abwurf ganz, ganz schwach. Das war so ein richtig typischer Schlingermann-Abwurf. Wie wir ihn kennen. Auch nicht am Schlingern. Ah. Verdammt. Oh. Das macht Kein gut. Aber O'Shea abgekocht. Wieder mal. Souverän. Oh. Das ist ja nicht ganz so souverän. Der Ball läuft hier bei den Irländern. Auf Long wieder. Scheiße. Was für ein schwacher Pass. Alter. Das wäre kacke gewesen. Da war so eine schöne Naht. Oder so eine schöne Stelle eigentlich. Wo ich hätte durchspielen können. Long. Ah. Fuck. Hat fast die ganze Abwehr aussteigen lassen. Aber dann. Im letzten Moment der Verteidigung noch da. Ja. Weiter lang. Und jetzt. Ja. Vielleicht. Aber Brian. Brine. Brine. Ist da. Kann den Ball noch retten. Oh. Jetzt wird es gefährlich. Scheiße. Kein. Oh nein. Dann macht er noch den Ausgleich. Meine Herren. Ich war. Ich hatte den Ball schon. Oder? Irgendwie. Der Ball war bei Kein gelandet. Mein Verteidiger ist da. Nimmt ihn ab. Und Kein nimmt ihn einfach wieder zurück ab. Und dann das 2 zu 2. Ach. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Und war so nicht geplant. Nein. Wie schlecht. Aber hab ich noch. Aber ist noch. Ist noch. Auf long. Auf long. Oh. Und jetzt auf den zweiten. Da ist einer. Da ist einer. Da ist Kohn. Ne. Hula-Hahn. Hula-Hahn. Mit dem Kopfballtreffer zum 3 zu 2. Komplett freigelassen. Bei 2 Metern kann er ihn reinköpfen. Vielleicht auch nur ein Meter. Zum 3 zu 2 in der 86. Das macht doch Spaß. McCarthy. Kein Foul. Oh. Der Ball ist wieder abgenommen. Ich probiere dann die Gasse zu spielen. Aber ich bin dran. Oh man. Steht gut. Forrester. Steht nicht ganz so gut. Aber. Little. Little. Kriegt ihn auch. Der ist nicht im Abseits. Der ist nicht im Abseits. Aber er ist auch zu weit in die Spitze. Aber er kann ihn nur uns ausklären. 90 Minuten. Die Nachspielzeit läuft schon. Oh. Ein bisschen voreiliger Einwurf. Und dann ist der Ball auch weg. Ich habe das Spiel in der Hand. Den Sieg. Aber Horare. Macht das sicher. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter das Foul gar nicht mehr. Sondern er pfeift direkt ab. Und damit konnten wir das erste Spiel. 3 zu 2 gewinnen. Eine muntere Partie. 3 Tore auf beiden Seiten. Und dann doch ein Sieg von mir in der letzten Minute. Der 86. Um genau zu sein. Und damit haben wir es schon mal geschafft. Das erste Spiel mit einem Doppelpack von Hula Hahn. Der war auch das letzte Mal. Sehr sehr Tor- und Assist gefährlich. Spieler des Tages auf jeden Fall geworden mit seinen 2 Treffern. Und damit, wie gesagt, der Einzug ins Viertelfinale. Ich glaube, wenn man die Statistik so sieht, nicht unverdient. Aber es ist noch immerhin ein weiter Weg. Und ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch ein paar Spiele. Und dann bin ich auch mal gespannt. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Wie es danach weitergeht. Aber erst mal hier das erste Mal den Pokal gewinnen. 20.000 Münzen abgreifen. Das wäre schon ziemlich nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es da das Viertelfinale gibt, vielleicht auch das Halbfinale. Mal schauen, wie ich es genau mache. Haltet einen Kasten sauber. Euer Tess. Auf und schlägt von ihm. Was ist hier los? Ja! Ist gleich. Oh, ho, ho, ho.